Das ist ein Trinkwasser-Resservat. Da hinten sind die Berge und da wo das Oberberg ist, ist ein Naturschutzgebiet. Das ist ein Trinkwasser-Ressort. Das ist ein Trinkwasser-Ressort. Da sieht man viele, viele Winde hier. Das ist ein Trinkwasser-Ressort. 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 Und hier sieht man thailändischen Wasserbüffel. Das ist ein Trinkwasser-Ressort. Das ist ein Trinkwasser-Ressort. Und da sieht man schöne Lotose. Und da sieht man schöne Lotose. Das ist meine Pflanzenwelt oder von meiner Frau kann man sagen. Das ist meine Pflanzenwelt. Das ist meine Pflanzenwelt. Das ist meine Pflanzenwelt.